Ich muss doch echt bekloppt sein, ey. Ja, vielen Dank. Was wichtig ist? Später. Was geheim ist? Später. Daniel! Welchen Tag wird später haben Sie jetzt nicht verstanden? Mitz, 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 mitz. Komm schon, Onkel Danny, komm. Ich bewege mich geschmeidig wie eine Katze. So gewinn ich ihr Vertrauen. Ich dachte ich hätte abgeschlossen. Das Schloss ist kaputt. Toll. Gefällt mir deine spartanische Einrichtung. So... Nur das Wesentliche. Find ich gut. Meine Möbel sind noch nicht angekommen. Die waren klüger als ich. Ich... Ich wollte wissen... Ist an Rompats Vorwürfen was dran? Malte! Schön, dich zu sehen. Woher denke ich zu Annika, nicht zu dir. Das ist aber schade. Und ich dachte, du kommst mir zu sagen, wie sehr du dich freust, dass mein Vater eure Villa gekauft hat. Wird ein geiles Ding, sag ich dir. Ich hab die ersten Anwürfe schon gesehen. Wird nur leider nicht jeder drin wohnen dürfen. Tut mir leid, dass ihr raus müsst. Hey, bist du krank oder was? Hör dich, du Wichser! Wisse? Geh doch rüber. Ist das selbstloser? Leck mich! Wie krepierst du mit deinem Vater auf der Straße? Oh Gott, Axel. Du stimmst fast Schweiß. Das ist Kotze. Viola, ich muss mal was klarstellen, also, also ich bin ein gut aussehender Typ, keine Frage und die Frauen stehen auch auf mich. Nur manchmal kann ich halt die Gefühle, die ich von manchen Frauen bekomme, nicht erwidern und das tut mir echt leid. Deswegen sage ich es dir jetzt, bevor es näher zu spät ist und du total enttäuscht bist, also ich stehe nicht auf dich, Viola. Tut mir leid. Das war an Versehen, ich bin Spastiker und man haut keine Behinderten. Naja, bist der Neue, ne? Hallo? Er hat dich gerade angegriffen vor Zeugen. Willst du vielleicht meine Ehre verteidigen? Gut, Duell. Ich gebe auf. Mich hat seit drei Jahren niemand mehr rausgefordert, weil alle Angst vor mir haben. Weil ich Accelerator bin. Aber ich will auch einfach nur mal Axel sein, verstehst du? Und deswegen muss ich das machen. Und es tut mir jetzt schon leid für dich. Ich wurde besiegt. Axel? Nein, nicht noch mehr. Bitte, bitte. Es tat so weh. Und jetzt passt hier nur eine auf Ecke, und zwar du, okay? Halt endlich mal die Klappe, ich hab's kapiert, okay? So, spinnst du? Los, ab aufs Spielfeld. Du versaußt mir mein Finale, nicht? Ja, dann viel Spaß mit deinem Finale, Ecke. Philipp? Okay? Okay. Attention! Na? Bei dir oder bei mir? Willst du mal lecken? Weißt du was, Alter? Wir haben's dir allen gezeigt, ey. Du hast nicht von mir gedacht, dass ich jetzt so lange ausfahle, was? Na dann, Prost! Ich lebe mich. Ich lebe mich.